Hi und herzlich willkommen bei Search One, dein Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und für dieses Video haben wir uns einen ganz besonderen Leckerbissen ausgedacht. Wir vergleichen die populärsten Formularbilder, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und zwar diese vier hier, Gravity Forms, Formidable Forms, Ninja Forms und WP Forms. Warum das wichtig ist, denkst du dir vielleicht? Na, das können wir uns gerne mal anschauen. Ich öffne jetzt mal Gravity Forms. Schöne Website, viele Features. Wunderbar, was kostet das Ding denn? All License Plans. Die Kosten belaufen sich pro Jahr zwischen ungefähr, ich sag mal grob, 50 und 300 Dollar. Okay, und was ist mit Ninja Forms? Das sieht auch sehr gut gemacht aus. Pricing kostet zwischen 50 und 300 Dollar jährlich. Okay, dann schauen wir mal nach Formidable Forms. Da gibt es auch jede Menge Features. Professionell gestaltete Website, sieht vertrauenswürdig aus. Pricing kostet zwischen 50 und 300 Dollar pro Jahr. Und was ist mit dem allseits bekannten WP Forms? Hier gibt es auch alle Features, die wir uns so wünschen könnten von einem Formularbilder. Was kostet es? Zwischen 50 und 300 Dollar im Jahr. Wenn du jetzt hingehst und die Preise vergleichst, dann gibt es kaum Unterschied. Und das gleiche trifft auch auf die Feature Level zu. Also hier zum Beispiel beliebig viele Formulare, aber nur für eine Site. Drei Sites, fünf Sites und so weiter. Und es scheint regelrecht so, als hätten die alle voneinander abgeschrieben. Es gibt wirklich nur in einigen Fällen etwas, was die teureren Lizenzen tatsächlich anders machen. Aber die sind im Prinzip deckungsgleich, kosten gleich viel. Da ist natürlich die Frage, welches davon lässt sich am besten bedienen. Macht am meisten Spaß. Und das möchte ich ganz gerne hier in diesem Video Vergleich und Tutorial herausarbeiten. Denn ich kenne auch noch nicht alle von diesen Plugins. Da lassen wir uns doch einfach mal gemeinsam überraschen. Wann brauchst du überhaupt ein Formular-Plugin? Bei einigen Bildern sind Formular-Funktionalität eingebaut. Zum Beispiel Elementor, aber auch bei Cadence zum Beispiel. Die sind in der Regel ganz gut, reichen für vieles. Aber so ein spezialisierter Formularbilder ist in der Regel dann nochmal eine Nummer besser. Falls du dir das letzte Video, was ich gemacht habe, mal anschaust. Hier geht es um den Page Builder Live Canvas, der eher für Fortgeschrittene und Profis gemacht ist. Und eine Besonderheit hier ist, mit diesem Page Editor lassen sich quasi gar keine Formulare erstellen oder nur von Hand. Und da Formulare und Formular-Logik doch sehr komplex werden können, würde es sich doch anbieten, hier die Formular-Plugins zu testen. Wir haben ja hier eine Skate-Schule und wenn ich mal so runterscrolle, dann sehen wir auch, wir haben hier Trainer. Und ich denke, um so ein Formularbilder mal ausgiebig zu testen, wäre es eigentlich ganz interessant, ein mehrschrittiges Formular zu erstellen, mit dem wir Bewerbungen von weiteren Trainern einholen. Denn die Skate-Schule, die läuft super und wir brauchen mehr Trainer, damit wir mehr Kurse machen können. Und deswegen schreiben wir mal eine Stelle aus und erstellen jetzt ein Formular, über das sich die neuen Trainer dann bewerben können. Die sollen da nicht nur ihren Namen und so weiter eintragen, sondern zum Beispiel auch eine PDF hochladen mit ihrem Lebenslauf und ein paar andere Dinge. Hier im Backend kannst du sehen, dass ich die Formular-Plugins bereits lizenziert habe. Übrigens habe ich immer die günstigste Version genommen, denn die teureren Varianten sind erstens für mehr Websites und zweitens hauptsächlich für weitere Anbindungen an Tools, mit denen man als Programmierer noch weiter automatisieren kann. Uns reicht also erstmal die Basic-Version. Und die habe ich hier installiert, also zum einen für, das hier ist Gravity Forms, das ist Formidable Forms, Ninja Forms und WP Forms. Was die Installation betrifft, so habe ich mich einfach an die Dokumentation der entsprechenden Hersteller gehalten. Das sind normale ZIP-Dateien, die man einfach hochlädt, über Plugins installieren. Damit möchte ich dich jetzt nicht langweilen. Ich habe dazu einfach mal fünf Seiten erstellt, eine Überseite und jeweils eine Seite für das Formular. Das Ganze als Menü eingebunden und dann erscheint das hier schon. Unter Bewerbung, wenn ich hier draufklicke, dann gehen die einzelnen Unterseiten auf. Alphabetisch sortiert, also klicken wir mal auf Formidable. Hier in dem Bereich kann ich jetzt mein Formidable Formular einbinden. Okay, bevor wir damit anfangen, gehe ich einfach mal hier durch die Menüliste durch, damit wir sehen, was uns das Formular alles so bietet. Klar, hier kann ich neue Formulare erstellen. Hier sind die Einträge, das heißt, wenn jemand das Formular ausfüllt. Ansichten ist ein Pro-Feature. Laut Versprechen soll man damit ganze Web-Apps machen können, aber das gucken wir uns jetzt nicht an. Ist auch nochmal deutlich teurer. Styles. Hier kann ich mich wirklich austoben und alle möglichen Stile abändern, um das Aussehen meiner Felder hier so zu gestalten, wie ich das möchte. Also beispielsweise hier Feldlabels. Das dürfen die Labeltexte hier sein. Wenn ich das mal auf Gelb stelle, dann sieht man es nicht mehr. Ich stelle es mal auf Schwarz und schon werden diese Felder, die Label vielmehr, schwarz. Und das hier ist zum Beispiel ein Fehlerfeld. So sieht dann ein Fehler aus. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Man kann wirklich bis ins letzte Detail hier konfigurieren. Nun, in diesem Video geht es nicht darum, das schönste Formular zu erstellen, sondern eher die Funktionalität zu überprüfen. Deswegen legen wir hier darauf natürlich keinen Fokus. Import-Export. Hier kannst du erstellte Formulare dann importieren oder exportieren, um sie woanders zu verwenden. Zum Beispiel in den globalen Einstellungen kannst du vor allem deinen Lizenzschlüssel eintragen hier oben. Oder die Site-Connecten. Diverse andere Einstellungen, zum Beispiel das Plugin hier nicht anzeigen. Nachrichtenstandards. Natürlich sehr wichtig, den Standardtext, der ausgegeben wird, wenn jemand das Formular bedient. Klar, vielleicht möchtest du deine Besucher mit sie ansprechen, zum Beispiel. Berechtigungen. Wer darf es verwenden? Vielmehr, wer darf genau was verwenden? Recapture natürlich auch wichtig, um Spam abzuwehren. Gehen wir aber in diesem Video nicht darauf ein. White-Label-Plugin ist nicht in der Basic-Version vorhanden. Und hier im Posteingang, da kriegt man schon mal Einstellungen vom Hersteller. Das kann man Gott sei Dank dann auch abschalten. Und unter SMTP möchtest du vielleicht einen anderen E-Mail-Provider verwenden, über den du dann ausgehende E-Mails versendest. Dazu brauchst du dann WP-Mail-SMTP. Okay, jetzt möchte ich aber endlich mal anfangen, das erste Formular zu erstellen. Hier ist schon eins vordefiniert, aber das interessiert mich nicht. Also ab in den Papierkorb, neues Formular hinzufügen. Wir springen direkt so ins kalte Wasser. Hier gibt es dann einige Vorlagen. Ich kann auch eigene Vorlagen definieren und abspeichern. Und hier gibt es wirklich eine Menge Vorlagen aus allen Bereichen, die ich dann auch einsetzen kann. Zum Beispiel Unterschrift einfügen. Registrierung in der Basketball-Liga. Gibt es hier auch Registrierung in der Skateboard-Liga? Nee, dann interessiert uns das jetzt erstmal nicht. Wir machen hier bei Search One ja auch meistens alles von Grund auf. Also machen wir mal ein leeres Formular. Das nennen wir Bewerbung-Formidable. Erstellen. Und hier ist der Formular-Bilder. Sieht im Prinzip aus wie ein Page-Bilder, der aber dann auch nur Formulare machen kann. Was haben wir hier alles? Normale Felder. Also die essentiellen Standard-Felder. Erweiterte Felder. Datei-Upload. Das werden wir brauchen. Bis hin zu Preisfelder. Wunderbar. Wir sind ja hier auch einige Ausgegraute. Das hat dann damit zu tun, dass das in den Pro-Modulen drin ist, die dann zusätzlich lizenziert werden müssen. Hier ist es nun. Das fertige Formular, wie durch Zauberei entstanden. Ich habe circa eine Stunde, zwei in der Dokumentation verbracht und das schon mal alles vorbereitet. Wir bauen das natürlich gleich auch nach. Ich habe mich dafür entschieden, das Ganze in diese Sektionen, in die Bereiche einzuteilen. Dann persönliche Infos, Kontaktdaten, eine Postanschrift habe ich jetzt mal rausgelassen. Dann die Erfahrung. Da haben wir einen Slider. Das ist dann schon auf der Seite 3. Wo kann man dich beim Skaten sehen? Also URLs. Hier haben wir ein Repeater-Element. Das ist hier unten. Hier kann ich also mehrere URLs angeben. Das sehen wir auch gleich. Dateien kann ich hochladen. Und auf der letzten Seite, im letzten Schritt, gibt es noch eine Zusammenfassung, die ich dann einfach als letzten Schritt zur Überprüfung drin habe. Und das Ganze sieht dann so aus. Schauen wir uns das Ganze mal auf einer leeren Seite an. Hier ist es nun das fertige Formular. Ich kann hier die Anrede auswählen. Meinen Namen eintragen. Mit Nachnamen. Nächster Schritt. Hier oben habe ich einen Fortschrittsbalken. Meine E-Mail und die Telefonnummer. Ist eine alte von mir. Die funktioniert nicht mehr. Meine Skateboard-Erfahrung in Jahren. Ich habe 1984 mit dem Skaten angefangen. Also wäre das 38. Ich denke 30 Jahre Erfahrung dürfte reichen. Hier könnte ich dann Profil-Links einbauen. Ich habe hier YouTube und noch eine URL. Klicke mal hier drauf. Instagram. Hier unten ziehe ich mal eine Test-PDF hin und lasse die mal fallen. Und siehe da, die wurde auch hochgeladen. Also kann ich zum nächsten und letzten Schritt oder vorletzten Schritt. In der Zusammenfassung kann ich nochmal alles, was ich eingetragen habe, hier sehen. Und dann die Bewerbung einreichen. Ihre Mitteilung wurde erfolgreich übermittelt. Vielen Dank. Im Bereich Einstellungen kann ich für das Formular dann auch sagen, was nach dem Absenden passiert. Zum Beispiel Nachricht anzeigen oder Weiterleiten zu einer URL. Beispielsweise einer Danke-Seite. Hier gibt es eine Menge Informationen. Die Nachricht, die ich hier übrigens ausgewählt habe, das ist die hier unten beim Absenden. Da würden wir das dann noch in das Publikum anpassen. Unter Aktionen und Nachrichten kann ich auch konfigurieren, was dann tatsächlich mit dieser Nachricht passiert. Aktuell wird nur eine E-Mail gesendet. Das könnte aber auch in Post erstellt werden. Registrierung oder auch Weiterleitung zu PayPal. E-Commerce, Hubspot und jede Menge Anbindung an die üblichen Verdächtigen, an die populärsten E-Mail-Marketing-Anbieter. Formularberechtigungen, wer darf alles damit arbeiten. Planung, ob ich das jetzt zum Beispiel schließen möchte oder ob dieses Formular nur zu bestimmten Zeiten angezeigt wird und so weiter. Texte für Buttons und ich kann sogar HTML individuell anpassen. Das ist auch cool, wenn ich selbst ein bisschen mit CSS rumzaubern möchte zum Beispiel. Unter Einträge, ja genau, wir sollten erstmal abspeichern. Unter Einträge haben wir dann tatsächlich das oder den ersten Eintrag. Und weil ich damit so zufrieden bin, kann ich jetzt hier unter Formulare direkt einmal dieses Formular duplizieren. Das ist jetzt das nächste Formular, alle Einstellungen gleich. Aber wir gehen jetzt einmal durch und ich zeige dann, wie ich das hier aufgebaut habe und wie das genau funktioniert. Gibt es nämlich einiges zu beachten. Aber erstmal hier unter den drei Punkten alles löschen. Also beginnen wir direkt mal mit den persönlichen Infos. Und ich habe natürlich angefangen, erstmal die einzelnen Felder zu benutzen. Also zum Beispiel hier mal ein Namensfeld eingefügt. Und hier haben wir dann schon direkt Name, Erste, Letzte. Das ist nicht so besonders gut übersetzt. Aber dein vollständiger Name sollte hier stehen. Wir brauchen das Feld, das ist ein Pflichtfeld. Hier steht benötigt. Hier sollte eigentlich ein rote Sternchen angezeigt werden. Kommt wahrscheinlich gleich noch. Wir haben dann hier in diesem Feld die Möglichkeit, das hier anzupassen. Und zwar hier Vorname und dann hier Nachname. Und dann brauchen wir noch ein Dropdown-Feld für die Anrede. Herr, Frau, hier klicken wir mal drauf. Das Erste bleibt leer. Dann haben wir Frau und noch eine Option hinzufügen. Herr, ich mache jetzt mal nicht komplexer. Also sowas wie Doktor und Professor und vielleicht auch neutral brauchen wir jetzt mal nicht. Das Ganze nehmen wir noch Anrede. Aber was ich eigentlich ganz cool gelöst finde, ist hier die Art und Weise, wie ich das jetzt verkleinern kann. Die Anrede, das Anrede-Feld ist ja viel zu groß. Ich kann jetzt hier bei CSS-Cluster zum Beispiel draufklicken und sagen, das soll nur halb so groß sein. Oder ein Drittel, Viertel, Sechstel zum Beispiel. Und das Element dann nehmen, zum Beispiel einfach da drüber setzen. Das wäre ja schon, ich würde sagen, fast fertig. Noch cooler wäre es natürlich, wenn dieses Element jetzt hier drin in dieser Zeile wäre. Weil die beiden Felder sind ja auch so breit. Dann könnte ich das nehmen und hier vorne hinziehen, loslassen. Und das hat auch geklappt. Man muss hier noch ein bisschen aufpassen, denn wir sehen ja jetzt, dass hier die Klassen 3rd, 4th und 6th auch definiert sind. Dann nehme ich das alles mal raus. Jetzt ist das halb so groß und das auch. Kein Problem, aber insgesamt möchte ich eigentlich, dass das etwas schöner aufbereitet ist in einer Art Feld oder Sektion. Und dazu kann man hier einen Bereich einfügen und diese Felder hier in den Bereich ziehen. Das mache ich jetzt einfach mal. Hier die Anrede und dann das Namensfeld nach rechts. So rechts daneben. Und hier in diesem Bereich, den kann ich auch direkt mal richtig beschreiben. Persönliche Infos. Wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, dann gibt es hier dieses Spalten-Icon. Da kann ich draufklicken und dann sagen, ich möchte gerne, dass das so aufgeteilt ist. Und so habe ich das Layout vorher hingekriegt. Ich finde, das passt ziemlich gut zusammen. Ist so ein Drittel, zwei Drittel ungefähr. Und ich finde, das sieht wirklich sauber aus. Ja, dann fängt ja schon die nächste Seite an. Und das macht man mit dem Seitenumbruch. Den muss man hier einfügen. Da erhält man dann direkt hier oben Seite 1. Klar, ist ja dann die erste Seite. Und hier Seite 2. Und in dem Moment, wenn ich jetzt mal aktualisiere. Nicht so schnell. Jetzt ist aktualisiert. Und das Ganze mal vorschauere. Auf leerer Seite zeigen. Dann sehe ich auch, dass ich auch schon diesen Balken hier oben habe. Und auch vorspringen kann, sobald ich hier etwas ausgewählt habe. So, hier ist mein Name. Also vor. Ja, und hier auf der zweiten Seite ist ja noch nichts. Deswegen, da müssen wir noch ein bisschen dran weiterarbeiten. Für die Kontaktdaten, also auf der nächsten Seite, brauche ich erstens eine E-Mail und ein Telefon. Das Ganze in einem Bereich. Und dann kann ich mal Telefon hier unten reinziehen. Und E-Mail auch. Telefon hier rechts neben E-Mail. Und sobald ich das gemacht habe, kann ich die Spalten auch wieder einstellen. Hier sind auch diese drei Möglichkeiten. Gibt auch die Möglichkeit, ein Custom Layout zu erstellen. Muss immer zwölf ergeben. Und Break into Rows holt das Ganze aus den Spalten wieder raus. Also sehr komfortabel. Das wären ja die Kontaktdaten. Und dann können wir schon mit den nächsten Feldern fortfahren. Ich fand eigentlich den Slider hier ganz cool als Idee. Wie viele Jahre Erfahrung bringst du schon mit? Und auf dem Slider kann ich einstellen, okay, ich will, dass die Leute wenigstens fünf Jahre Erfahrung haben. Und mehr als 40 geht wahrscheinlich nicht in Schritten. Und das Ganze in einen Bereich einzupacken. Das sieht wahrscheinlich etwas besser aus. Also einfach mal hier reinziehen. Und das Ganze soll auch noch auf einer eigenen Seite stattfinden. Also Seiteneinbruch einfügen und den da drüber ziehen. So, das ist dann die Erfahrung. Und hier wollen wir erstmal keine neue Seite haben. Sondern es kann ja auch sein, dass jemand Bilder hat oder vielleicht ein Video, was er gerne hochladen möchte. Eine PDF-Datei vielleicht auch. Da wäre es eigentlich ganz gut, auf dieser Seite auch noch ein Datei-Upload unterzubringen. Hier ist der Datei-Upload. Und damit das ein bisschen besser aussieht, packen wir das auch in einen Bereich. Hier unten reingefügt. Upload your skate live. Man kann ermöglichen, mehr als eine Datei hochzuladen oder hochladen zu lassen. Und hier möchte ich vielleicht nicht nur das hier akzeptieren, sondern auch Videodateien. Das wären dann hier MP4, vielleicht MPEG und PDF-Dateien. So, maximale Größe in Megabyte. Ja, von mir aus 200 und maximal pro Datei 50. Und das sollte ja dann auch angezeigt werden. Diesen Text hier kann man noch anpassen. Also zum Beispiel hier könnte man noch Datei N zum Beispiel schreiben. Datei N Upload. Ja, und das war es eigentlich schon. Damit müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Dann brauchen wir die nächste Seite. Seitenumbruch. Und das war es auch schon. Wir brauchen hier nur noch eine Zusammenfassung. Weil wir alles bis jetzt in einzelne Bereiche gepackt haben, machen wir das hier mit der Zusammenfassung auch. Dann nennen wir dann den Bereich Zusammenfassung. Und hier alles richtig ausgefüllt. Und das war es auch schon. Aktualisieren. Das hat geklappt. Dann die Vorschau. Vielleicht sogar im Theme. So sieht das Ganze dann aus. Direkt mal ausfüllen und vor. E-Mail und Telefonnummer. Slider bewegen. Datei überspringe ich jetzt mal vor. Und hier sieht man, hier habe ich einen Fehler gemacht. Hier ist eine Seite zu viel drin. Aber ich gehe trotzdem mal weiter vor. Hier ist die Zusammenfassung. Jetzt müsste ich nur noch hier draufklicken und dann wäre das eingereicht. Also schauen wir mal, wo ich den Fehler gemacht habe. Seite 1, 2, 3. Hier sehen wir es. 4 und 5. Da ist nichts dazwischen. Ich habe also eine Seite zu viel. Bestätigen. Und damit ist mein Formular komplett fertig. Halt! Ich habe noch den Repeater vergessen. Das ist so ein cooles Element. Das wollen wir auf jeden Fall drin haben. In einen Bereich gepackt. Der Repeater wiederholt, wie der Name schon sagt. Formularfelder. Und ja, ich sehe gerade, wir brauchen gar keinen Bereich. Der Repeater hat schon so etwas wie einen automatischen Bereich um sich herum. Und das kommt hier oben über das Upload-Feld. Hier oben der Text. Und dann je nachdem, welches Feld. Und ich meine auch, welche Anzahl von Feldern. Also ich kann auch mehr als ein Feld nehmen. Ich hier oben reinsetze. Und hier machen wir mal eine Website-URL. Habe ich jetzt hier fallen lassen. Kein Problem. Man kann immer alles anpacken und reinziehen und rausziehen. Und das ist jetzt das Repeater-Feld zu erkennen an den beiden Buttons hier unten. Entfernen. So. Und der Formular-Ausfüllende kann jetzt hier eine Website eintragen. Auf Hinzufügen klicken. Und dann kann er noch ein Feld ausfüllen. Eigentlich ganz cool, wenn man nicht weiß, wie viele von etwas sinnvoll sind. Oder die Entscheidung halt dem Ausfüllenden überlassen möchte. Kann das Ganze natürlich begrenzen, indem man hier draufklickt. Auf den Repeater. Und bei Fortgeschritten dann den Grenzwert. Machen wir 10. Jetzt können nicht mehr als 10 davon erstellt werden. So. Jetzt können wir uns aber also aktualisieren. Und dann schauen wir uns die Vorschau mal im Theme an. Herr. Namen eingetragen. E-Mail und Telefon. Die Erfahrung eingestellt. Dann als Website-URL einfach mal YouTube einfügen und hinzufügen. Hier ist der Repeater. Hier kommt das zweite Feld. Und ich könnte jetzt sogar noch acht weitere Felder einfügen. Hier unten kann ich jetzt nochmal eine Datei hochladen. Eine PDF-Datei. Und dann vor. Die Zusammenfassung. Hierüber könnte ich jetzt noch in jeden einzelnen Schritt. Über diese Buttons komme ich jetzt nochmal in jeden einzelnen Schritt zurück. Bewerbungen einreichen. Deine Mitteilung wurde erfolgreich übermittelt. Wunderbar. Hat funktioniert. Es gibt natürlich noch jede Menge wirklich cooler Features. Nicht nur was die Felder hier betrifft. Da sind auch in der Basic-Version kaum Grenzen gesetzt. Eigentlich bezahlt man nur mehr, wenn man wirklich Advanced Features haben möchte. Zum Beispiel wie hier zu sehen bei Einstellungen. Was die Aktionen und die Benachrichtigungen betrifft. Also wie ich die E-Mails dann nachher weiterverarbeite. Aber das wollen im Prinzip alle Top-Plugins zu haben. Und damit kommen wir schon zum nächsten Plugin Gravity Forms. Hiermit machen wir jetzt genau das gleiche Formular. Wobei ich jetzt keine Punkte abziehen werde, falls ein spezielles Element wie zum Beispiel der Repeater hier nicht zur Verfügung steht. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Neues Formular hinzufügen. Bewerbung Gravity erstellen. Und wie wir sehen können, die Felder haben wir hier auf der rechten Seite. Ich scrolle mal hier durch die Felder durch. Haben hier die einfachen Felder und die erweiterten Felder. Und weiter unten Beitragsfelder. Kann ich tatsächlich Titel und Kategorien und so weiter aus den Beiträgen herausfischen. Und hier unten sind sogar noch mehr Preisfelder, als wir das bei Formidable hatten. Okay, und weil wir jetzt ja schon wissen, wie unser Formular aussieht, kann man direkt anfangen. Ich habe auch schon mich hier eingearbeitet. Es gibt leider nicht so ein schönes, umgebendes Feld. Aber wir können dafür eine Sektion nehmen stattdessen. Kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus. Das wären dann hier die persönlichen Infos. Man muss dann hier ja zwischen die, nee, neben die Felder klicken, um wieder hierhin zurückzukommen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber okay, wir gehen mal auf erweiterte Felder. Und da haben wir auch schon den Namen. Und dann brauchen wir noch für die Anrede das Auswahlfeld. Das füge ich mal hier unten ein. Und schauen, ob wir das hier daneben bekommen. Ja, mit Drag & Drop kriege ich das hier hin. Klick auf die Einstellungen hier. Und dann kann ich hier auch schon erste leer lassen. Und das zweite, dritte auf Frau und Herr setzen. Außerdem kann ich dann einfach hier mit der Maus drüber fahren. Und das Ganze etwas nach links ziehen, um die Größe richtig einzustellen. Die Überschrift wollen wir hier noch ändern. Dein vollständiger Name. Und hier in den Einstellungen lassen sich tatsächlich noch ein paar interessante Punkte aktivieren. Mal gucken, was dieser Vorspann ist. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Zweiter Vorname und Nachspann. Okay, für besonders komplexe Fälle. Das brauchen wir jetzt mal nicht. Aber die Frage ist, wie kriege ich jetzt hier die Anrede rein? Oder sollte ich das doch über dieses externe Feld hier machen? Ja, da bin ich doch ein bisschen perplex. Ich kann das hier tatsächlich aktivieren. Zum Beispiel auch auf erforderlich stellen. Und in der Tat hier unter Erweitert kann ich dann für dieses Feld die verschiedenen Anreden auswählen und separat auswählen auch. Wir nehmen mal hier den Doktor raus. Den brauchen wir nicht auf einer Skateboardseite. Aktivieren den aber trotzdem. Dann noch Frau und Herr. Nein, er möchte, dass wir überflüssige entfernen. Das machen wir dann so. Dann haben wir die drei hier. Standardwerte brauchen wir nicht. Ja, und können dann tatsächlich hier dieses Feld löschen. Formular speichern. Vorschau. So sieht die Vorschau aus. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich tatsächlich nur Frau und Herr drin. Meinen Namen hier eingetragen und dann mal abgesendet. Und ich bin jetzt vor allem gespannter drauf, ob ich hier eine Fehlermeldung bekomme, weil ich ja noch nichts ausgewählt habe. Absenden. Nein, das hat funktioniert. Wunderbar. Alles wie erwartet. Dann können wir weitermachen mit dem Formular. Dann kommen als nächstes die Kontaktdaten. Und in den Kontaktdaten haben wir ein Feld für E-Mail. Ein Feld Telefon. Das Feld Telefon ist neben dem Feld E-Mail. Ja, Telefon ist dringend auf Mobile. Und die beiden Felder sollen erforderlich sein. Dies auch. Ich gehe jetzt hier nicht ins Detail über die Validierungsmethode. Aber hier kann ich letztendlich auch von dem amerikanischen Format abweichen und international auswählen. Mal sehen, ob er meine Nummer gleich erkennt. Dann haben wir die nächste Sektion. Das wäre dann die Erfahrung. Und hier haben wir einen Slider gehabt im vorherigen Beispiel. Und so ein Feld haben wir hier bei Gravity Forms nicht, soweit ich das sehe. Da müssen wir dann einfach ein Zahlenfeld nehmen und schauen, ob wir hier auch noch weitere Möglichkeiten haben. Das Zahlenformat wollen wir als, ja, das spielt im Prinzip keine Rolle, weil wir eine Zahl zwischen 5 und 40 haben. So, jetzt habe ich es hier ausformuliert. Wie viele Jahre fährt es zwischen Skateboard? 5 bis 40. Und das Feld ist hier auch erforderlich. Und wir wollen auch mindestens 5 auswählen, wenn das funktionieren sollte. Wir können auf jeden Fall schon mal einen Platzhalter reinmachen. Das dürfte dann eine ausgegraute Zahl hier drin sein. Ja, und mehr brauchen wir hier auch eigentlich nicht zu machen. Wo kann man dich beim Skaten sehen? Das ist unsere nächste Sektion. Und jetzt haben wir hier kein Repeaterfeld, wie wir das bei Formidable hatten. Das bedeutet, wir müssten das hier kürzen und sagen, okay, bis zu 3 Stück und müssten die URL-Felder festlegen. 3. Na, wir haben immerhin die Website-Felder. Ich klicke jetzt hier einfach mal dreimal drauf. So, wo kann man dich beim Skaten sehen? Füge bis zu 3 URLs, 1, 2, 3. Die sind nicht erforderlich. Und jetzt brauchen wir noch die Möglichkeit, eine Datei hochzuladen. Hier ist der Datei-Upload. Und eine Sektion brauchen wir ja auch noch. Ziehen die Datei unter die Sektion. Dann schauen wir mal in die Option für dieses Upload-Feld rein. Hier haben wir die erlaubten Dateierweiterungen. Mehrfach-Datei aktivieren. Oh, cool. Dann wird auch automatisch hier so ein Drag-and-Drop-Feld gemacht. Maximale Dateianzahl, sagen wir mal 10. Maximale Dateigröße, ich glaube, 200 hatten wir da mal. Bis zu 10 Dateien. Hier ist nicht ganz so komfortabel, dass wir das so von Hand eintragen müssen. PDF wollen wir. Dann natürlich MP4. Und jetzt müssen wir überlegen, welche Formate es da sonst noch gibt. Das ist bei Formidable meiner Meinung nach etwas besser gelöst. Aber okay, wir könnten das zum Beispiel hier oben auch noch mit angeben. Dann sollte es klar sein. Max 200 MB vielleicht auch noch dazu schreiben. Hier unten steht ja noch Dateigröße 16 MB. Mal gucken, wie das dann im finalen Formular aussieht. Und jetzt möchte ich das Ganze mal speichern und vorschauen. Hier habe ich jetzt das gesamte Formular. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das müsste jetzt ja nur noch in Seiten unterteilt werden. Und das ist eigentlich auch ganz einfach. Man muss hier nur eine Seite einfügen. Die ist jetzt ganz unten. Das heißt, das müssen wir hochziehen. Jetzt ist es ganz oben. Ich kann also hier jetzt die ersten beiden Elemente hier einbinden. Und dann die nächste Seite kreieren. Direkt noch eine Seite. Das sieht dann so aus, dass ich hier oben, wenn ich das da fallen lasse, die Anfangslinie habe. Dann hier den Seitenumbruch. Und dann kann ich hier die Kontaktdaten reinziehen. Fällt mir auf, dass er dieses Feld hier verschoben hat. Also füge ich das nochmal hier hin, dann stimmt das wieder. Und ich glaube, das war es jetzt schon, weil wir ja hier keine Zusammenfassung haben, wie wir das unter Formidable einfügen konnten. Das ist hier jetzt nicht mit drin. Da haben wir also unter Formidable schon einige Feldtypen in der Basic-Version zusätzlich. Das spielt natürlich keine Rolle, wenn du dich eh für eine größere Version entscheidest. Dann sind da wahrscheinlich auch alle Felder drin. Aber wir gucken uns ja jetzt hier speziell die kleinstmöglich zu lizenzierende Version an. Das heißt, hier unten, das brauchen wir gar nicht mehr. Dann kann ich das auch rausnehmen, löschen, speichern und nochmal eine Vorschau starten. Ja, hier ist jetzt automatisch der Fortschrittsbalken aktiviert. Ja, dann weiter. Übrigens ganz nebenbei, zum Layouten kann ich hier auch das Grid oben anschalten. Nett gemacht und die Struktur anzeigen. Dann zeigt er mir wirklich die ganzen CSS-Codes und so weiter. Und wenn ich mich dann frage, wo ein Feld ist, dann kann ich im Prinzip mit meinem eigenen CSS eingreifen. Brauche ich jetzt aktuell aber nicht. Dann vielleicht noch meine E-Mail-Adresse und Mobile. Da sehen wir jetzt, wie die Validierung hier greift. Mal sehen, ob er das übernimmt. Ja, das wäre jetzt nicht richtig, denn das ist eine lokale Nummer. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so durchgehen. Weiter. Und hier kann ich dann meine ganze Erfahrung hinterlegen. 30 Jahre Erfahrung. Ein paar URLs eingetragen und dann noch hier die Datei hingeladen. Hat alles geklappt. Und hier steht dann auch Dateigröße 200 MB maximal. Könnte ich es also hier oben auch noch rausnehmen. Aber kein Problem, auf Absenden klicken und dann wurde das Formular eingereicht. Übrigens, ich habe es eben nicht angezeigt, aber man bekommt dann auch die Daten per E-Mail zugeschickt, wie man hier sehen kann. Und auch unter Einträge in der Datenbank, hier Formulare Einträge, kann ich mir den Eintrag auch mal ansehen. Und hier ist auch der vollständige Eintrag gespeichert. Ja, das funktioniert auch sehr gut. Ich würde sagen, Gravity Forms hat nicht ganz so viele Felder in der Basisversion. Aber was mir hier besonders gut gefallen hat, ist, dass das Ganze deutlich cleaner aussieht. Obwohl vom Klick bis zum Erscheinen des Formularfeldes vergehen manchmal 3-4 Sekunden. Keine Ahnung, ob das an mir liegt oder ob das normal so langsam ist. Ich würde mir für die Basisversion noch ein paar mehr Felder wünschen. Das sind wirklich hier nur die Basics, mit denen natürlich, keine Ahnung, 92, 95% der Leute auch happy werden. Aber auch wenn Formidable ein bisschen mehr altbacken aussieht, würde ich fast sagen, würde ich das aktuell hochziehen. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Es gibt ja noch zwei weitere Ninja Forms und WP Forms. Mal schauen, wie die beiden sich jetzt schlagen. Also, es geht weiter mit Ninja Forms. Bei Ninja Forms ist wichtig zu wissen, dass wir einige zusätzliche Plugins brauchen. Beispielsweise das File Upload, Layout & Styles und Multipart Forms ist nicht automatisch in der Standard, in der Basic Version drin. Hier im Dashboard bei Ninja Forms geht man dann auf Downloads und bekommt hier die Downloads angezeigt, die man sich zusätzlich runterladen kann. Und da möchte ich ganz gerne Layout & Styles, File Uploads und Multistep Forms. Das ist das, was wir ja auf jeden Fall hier für unseren Test brauchen. Und die lassen sich genauso installieren wie normale Plugins auch. Also, Plugins installieren, hochladen, jetzt installieren, aktivieren. Das habe ich für die anderen beiden auch gemacht. Und jetzt können wir tatsächlich ein neues Formular mal hinzufügen. Hier nehmen wir ein Blanko Formular. Die Vorlagen, die brauchen wir nicht unbedingt, weil wir ja schon genau wissen, was wir machen wollen. Und da ich ja schon weiß, welche Felder ich so ungefähr brauche, zum Beispiel erstmal die Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail und Telefon. Und ein Slider haben wir hier auch nicht. Das heißt, wir brauchen ein Zahlenfeld für die Erfahrung. Ein Website-URL-Feld gibt es nicht. Dafür nehmen wir dann einzelne Textzeile. Und obwohl es ein Repeatable Fieldset hier gibt, habe ich es nicht geschafft, es dann zu laufen zu kriegen. Ganz zum Schluss brauchen wir noch ein File Upload. Und damit haben wir schon mal alle Felder hier drauf. Die müssen wir jetzt nur noch korrekt bezeichnen und auf Seiten verteilen. Insgesamt muss ich sagen, dadurch, dass es hier ein bisschen enger ist, aber hier breiter, ist es natürlich viel übersichtlicher. Und man sieht alle Felder auf einmal. Die scrollen dann auch nach unten, je nachdem, welche Version man von Ninja lizenziert hat. Und wenn ich jetzt Seiten hinzufügen möchte, dann kann ich das einfach hier über das Plus-Symbol machen. Jetzt habe ich hier eine neue Seite, aber meine Felder sind natürlich auf der anderen Seite alle. Das heißt, ich kann hier draufklicken und zum Beispiel E-Mail und Telefon per Drag & Drop einfach hier drauf fallen lassen. Und schon sind die auf der zweiten Seite. Klicke hier drauf. Hier sind meine Felder für die zweite Seite. Also nochmal eine dritte Seite hinzufügen. Und da brauche ich den Datei-Upload, die Erfahrung und auch das Feld für die URL. Also wir sehen hier, dass Ninja das Ganze etwas anders löst. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen komplizierter, weil bei den anderen Plugins habe ich das Gefühl gehabt, dass ich alles trotzdem noch auf einer Seite konfigurieren kann. Denn über mehrere Seiten zu gehen, ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, etwas umständlicher. Dafür vielleicht übersichtlicher. Aber das trifft ja dann eher auf den Formularausfüllenden zu, als jetzt auf den, der das Formular erstellt. So, hier haben wir dann das Anredefeld mit Frau und Herr und einer Leerzeile, falls es jemanden nicht ausfüllen möchte. Vorname ist Pflicht und Nachname auch. Und nur weil ich das Layout-Plugin installiert habe, kann ich tatsächlich jetzt hingehen und hier anklicken und per Drag & Drop das Feld hier nach rechts ziehen und das Gleiche auch für dieses Feld auch hier hin. Und jetzt habe ich diese drei Felder nebeneinander. Das sieht jetzt etwas eng aus, aber man muss sich auch bedenken, das hier ist jetzt noch ein Weg. Wenn ich hier mal auf Fertig klicke, ist es immer noch auf Eng. Ich kann zwar hier anpacken und es rumziehen, das bezieht sich dann aber darauf, dass ich es woanders komplett woanders hinziehen möchte. So, aber das ist so weit, wie ich das eigentlich haben möchte. Was die Anzeige betrifft, hier kann ich etwas rein tippen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Beschreibung oder irgendein Wort rein tippe, muss ich allerdings vorher auf Fertig klicken, bevor es dann hier angezeigt wird. Und zwar zwischen dem Label und dem Textfeld. Vielleicht als weitere Erklärung, falls ich das tatsächlich brauchen sollte. In dem Fall nicht. Das ist im Prinzip etwas, was wir bei den anderen beiden nicht so einfach machen konnten. Und hier habe ich jetzt bei Styles auch noch die Möglichkeit, diverse Einstellungen vorzunehmen. Farben, Ränder, Hintergründe und so weiter. Und für jede Box quasi, das kann ich da separat einstellen und auch über die Advanced CSS Properties, wenn ich das möchte, weitere CSS Anweisungen eingliedern. Im Original hatte ich ja so etwas wie einen Trenner oder ein umgebendes Feld. Das habe ich jetzt hier nicht. Ich habe zwar eine normale Trennlinie hier, die ich nach oben nach unten verschieben kann, wenn ich das möchte. Aber das ist nicht ganz das, was ich eigentlich haben möchte. Auch etwas, was mir noch negativ aufgefallen ist. Wenn ich das jetzt hier löschen möchte, dann geht das nicht. Ich kann also hier nicht mit der Maus drüber fahren und das Löschen-Symbol finden. Dazu muss ich erst auf Fertig gehen und dann mit der Maus drüber fahren und dann darf ich es löschen. Okay, eine Kleinigkeit. Ich möchte also jetzt einfach nur eine Überschrift darüber haben. Persönliche Infos steht da im Original. Was ich machen kann, ich kann hier ein HTML-Feld nehmen, das hier drüber ziehen und dann in das HTML-Feld persönliche Infos schreiben und dann zum Beispiel ein H2- oder H3-Element auswählen. Fertig. Und das können wir jetzt auch mal anschauen. Preview Changes. Und in der Tat, ich habe hier persönliche Infos und auch schon die verschiedenen Seiten mit einem Fortschrittsbalken. Mal schauen, ob wir das noch weiter anpassen können. Aber erstmal schlage ich vor, die weiteren Felder hier einzufügen. Hier brauchen wir dann auch noch das HTML. Da oben hin, Kontaktdaten H3. Leider kann ich das hier auch nicht so sehen, was ein bisschen doof ist. E-Mail und das hatten wir Mobile genannt. Fertig. Und das Ganze noch nebeneinander. Klick auf hier die Mitte. Nicht hier anfassen. Wenn man hier anfasst, dann ist es nicht möglich, das an der Seite einzufügen. Es bezieht sich auf das gesamte Feld. Aber hier in der Mitte, dann ist das kein Problem. Dann wird mir das auch richtig angezeigt. Rechts neben E-Mail. Kein Problem. Dann die dritte Seite und da können wir mal die Zahlen nach oben schieben. Das ist ja die Erfahrung. Minmax ist 45. Standardwert und vielleicht sogar Platzhalter ist 5. Okay. Hier soll ja eine URL angezeigt werden und leider wird die dann auch nicht validiert. Wo kann man nicht beim Skaten sehen? Zum Beispiel YouTube und so weiter. Vielleicht kann man als Platzhalter schon mal HTTPS eintragen. Aber ansonsten sollte das reichen. Ich mache jetzt nur mal ein Feld. Theoretisch könnte man auch drei machen, aber das ist jetzt soweit kein Problem. Und hier, das wollten wir noch erforderlich machen. Genau wie E-Mail und Mobile auch. Ah ja, und wenn man hier auch doppelt, doppelt klickt oder einmal klickt, dann kann man auch Seite 1 zum Beispiel sagen. Seite 2 und danach immer auf fertig. Seite 3 fertig. Und bleibt nur noch unser Upload-Feld. Hier haben wir die Möglichkeit, das sogar in der Mediathek zu speichern. Das sollten wir wahrscheinlich nicht machen. Datei-Limit 10. Erlaubte Dateitypen sollen wir auch auf diese Art und Weise einfügen. Warum müssen wir von Hand nachtragen? Minimum-Filesize, Maximum-Filesize 200. Und hier haben wir ja auch multiple Dateien. Erforderlich ist das Feld nicht. Fertig. Und damit haben wir Seite 1, Seite 2 mit einer Überschrift. Und hier bei Seite 3 brauchen wir keine. Ich denke, alles in allem können wir das so veröffentlichen. Bewerbung Ninja, nenne ich das einfach mal, ist gespeichert. Und dann gehen wir nochmal auf Preview. So sieht das Ganze jetzt aus. Und in diesem Fall kann ich sogar auf die weiteren Seiten gehen, ohne tatsächlich die erste ausgefüllt zu haben. Okay, ich teste aber trotzdem mal durch. Next. E-Mail und Mobile. Next. Erfahrung mindestens 5. Ja. Und auf YouTube kann man mich auch sehen. Datei auswählen. Testdatei wurde ausgewählt und hochgeladen. Da ist sie. Und jetzt können wir das Ganze noch abschicken. Das Formular wurde erfolgreich übermittelt. Das wollen wir doch direkt mal überprüfen. Ninja Forms. Einsendungen. Formular auswählen. Und hier ist tatsächlich meine Einsendung. Ja, Ninja Forms, das sieht ein bisschen anders aus. Bietet im Prinzip auch die meisten Möglichkeiten der beiden anderen bisherigen Mitbewerber. Ich würde sagen, nicht ganz so viele Features, gerade wie Formidable. Es ist mir positiv aufgefallen, dass Ninja ein bisschen schneller ist. Also die anderen beiden, wenn man da draufklickt, das sieht man vielleicht beim geschnittenen Video nicht immer so ganz. Dann dauert es manchmal 2-3 Sekunden, bis das Formularfeld erscheint. Das hier funktioniert teilweise deutlich schneller. Ich versuche es mal in Echtzeit zu zeigen. Wenn ich hier draufklicke, dann erscheint das Feld sofort. Und bei den anderen dauert es jeweils 2-3 Sekunden. Nur das mag jetzt kein entscheidendes Kriterium sein, aber manche Leute mögen das halt. Und selbstverständlich lässt sich die Art und Weise, wie das Formular funktioniert, auch noch weiter konfigurieren. In den erweiterten Einstellungen Multipart zum Beispiel hier kann ich unter Validate Each Part, wenn ich das aktiviere, dann kann ich eben nicht auf die weiteren Seiten gehen, bevor ich nicht die erste Seite ausgefüllt habe. Also das kann man anpassen, wie man möchte, mit oder ohne Progress Bar. Hier lassen sich die Button-Texte auch verdeutschen, so wie wir das am besten brauchen. Allgemeine Container-Styles definieren. Und hier gibt es noch mehr Möglichkeiten, wo die Beschriftung ist, die verschiedenen Ausgabetexte und so weiter. Womit wir auch schon zu WPForms kommen. Ich zeige hier die Plugin-Übersicht-Seite, weil ich Probleme mit WPForms hatte. Und zwar war es mir nicht möglich, ein neues Formular zu erstellen, ohne eine Fehlermeldung zu erhalten. Also die Formular-Erstellung-Seite wurde überhaupt nicht geladen und korrigiert habe ich das Problem, indem ich einfach die anderen Plugins, von denen es hier schon zahlreiche Aktivierte gab, deaktiviert habe. Ist natürlich klar, dass je mehr Plugins du aktivierst, desto wahrscheinlicher werden solche kleinen Problemchen. Nur als Tipp für dich, falls du auch auf das gleiche Problem stößt. Okay, dann gehen wir auf WPForms. Frisch nach der Installation kommen wir auf diese Übersicht-Seite. Und dann können wir direkt mal auf neues Formular hinzufügen klicken. Es gibt Standard-Felder und die Fancy-Fields. Wow! Und ein paar Online-Shop-Felder. Das sieht alles schön intuitiv aus. Vielleicht fangen wir direkt mal an. Und es klappt im ersten Take. Abschnittstrendzeichen. Hier wir die persönlichen Infos. Felder hinzufügen. Dann brauchen wir Anrede, Vorname, Nachname. Hierzu haben wir ein Namefeld. Mal sehen, welche Konfigurationsmöglichkeiten es hier gibt. In den Optionen habe ich die Möglichkeit, Vorname, Nachname oder hier diese beiden Optionen auszuwählen. Mehr gibt es aber nicht. Wenn hier in diesem Bereich das Feld Anrede nicht zur Verfügung steht, brauchen wir ein zusätzliches Feld. Und zwar eine Dropdown. Die können wir erstmal hier drüber ziehen. Klick da drauf und dann diese Felder hier anpassen. Das erste ist leer. Dann vorher erforderlich. Und das Feld heißt Anrede. Probieren wir unter Erweitert noch den Platzhaltertext. Bitte auswählen. Und nach dem Speichern und der Vorschau können wir mal verifizieren, wie das Ganze aussieht. Hier ist dann tatsächlich noch eine leere Zeile. Die können wir dann rausnehmen. Und einfach nur den Platzhaltertext verwenden. Nehmen wir die hier raus. Speichern. Vorschau. Genau so ist es richtig. Ich dachte, ich wäre dazu in der Lage, das im ersten Durchgang hinzubekommen. Aber WP Forms hat eine ganz eigene Art und Weise, das Formular hier im Backend anzuzeigen. Alle drei Konkurrenten waren dazu in der Lage, zum Beispiel per Drag & Drop Felder auch zwischen andere Felder zu schieben. Also sie dazwischen fallen zu lassen. Aber WP Forms bietet nur die Möglichkeit, Felder übereinander und untereinander anzuordnen. Das ist meiner Meinung nach schon mal ein großer Nachteil. Wenigstens bei der visuellen Gestaltung. Wie in den anderen drei Beispielen möchte ich ja, dass das Anrede-Feld, diese Dropdown-Box, links neben dem Vornamen und dem Nachnamen ist. Und das geht tatsächlich auch mit WP Forms, aber ein bisschen anders. Also mit einem Klick auf Anrede kann ich auf Erweitert gehen und dann unter CSS-Klassen bei Layouts anzeigen ein zweispaltiges Layout auswählen. Und zwar hier mit einer kleineren Spalte. Probieren wir einfach mal das aus. Nachdem ich einmal darauf geklickt habe, ergibt sich dieses Fenster und hier kann ich dann auswählen, ob ich möchte, dass das angeklickte Element links oder rechts erscheint. Ich wähle also hier links aus. Das ergibt dann diese Klassenkombination. Und für das andere Feld mache ich das Gleiche. Klicke das hier an und wähle rechts aus. Jetzt das Ganze speichern und die Vorschau aktivieren. Und in der Tat, die Anordnung stimmt jetzt schon mal. Allerdings nur in der Vorschau. Das heißt, das Endprodukt sieht richtig aus. Aber hier im Backend kann ich nicht wirklich sehen, was ich gemacht habe. Außerdem muss ich die Felder noch ein bisschen näher aneinander bringen. Und hierzu muss ich die Feldgröße tatsächlich auf Groß stellen. Hier auch Feldgröße Groß, Speichern, Vorschau. Und jetzt sieht es halbwegs ordentlich aus. Nur halbwegs, weil ich ja eigentlich möchte, dass dieses Feld noch ein bisschen kleiner ist. Hier steht ja schließlich nur die Anrede. Wenn ich aber jetzt hingehe und dieses Feld von der Feldgröße her, sagen wir mal, auf. Probieren wir einfach mal klein aus. Speichern Vorschau. Dann rücken die anderen beiden Felder leider nicht nach links. Sodass ich mich mit dieser Einstellung hier zufriedengeben muss. Eine Alternative wäre es, drei einzelne Felder zu nehmen. Aber wenn man sich die Layouts, die möglich sind, hier mal anschaut, dann sieht man. Ich kann zwar drei gleich große Felder oder Breiten auswählen. Aber nicht zum Beispiel eine schmale Breite und dann gleichmäßig aufgeteilt hier in der Mitte getrennt. Also im Prinzip brauche ich dieses hier etwas schmaler und dieses dann in der Mitte geteilt. Also kurz gesagt, die Layout-Möglichkeiten sind doch relativ stark eingeschränkt. Aktuell sieht es ja so aus und damit kann ich erstmal leben. Der Fokus soll also jetzt nicht mehr auf den Layout-Fähigkeiten liegen, sondern auf den Rest-Funktionen. Nach den persönlichen Informationen kommt ein weiterer Abschnitt. Also fügen wir hier einen Abschnitt ein. Das sind die Kontaktdaten mit E-Mail und Telefon. Beide Felder sind groß und vom Layout her 50-50. E-Mail links, Telefon groß und Layout 50-50 rechts. Speichern, Vorschau. So ist es richtig. Dann kommt der nächste Abschnitt und zwar die Erfahrung. In diesem Abschnitt haben wir zuerst einen Slider, danach eine beziehungsweise mehrere Websites. Da wir hier kein Repeater-Feld haben, nehme ich einfach mal drei Stück rein. Und ein Datei-Hochladen-Feld. Wo wir gerade dabei sind, kann ich auch noch einen weiteren Abschnitt hinzufügen. Und ich glaube, wir haben hier auch die Möglichkeit, eine Zusammenfassung einzubinden. Und zwar heißt die hier Eintragsvorschau. Probieren wir es einfach mal aus. Und wie man sehen kann, wurde hier auch automatisch ein Seitenumbruch hinzugefügt. Macht auch Sinn, dass man hier Seiten verwendet. Denn es geht ja darum, nochmal alles zu überprüfen, bevor man absendet. Einen weiteren Abschnitt möchte ich ganz gerne auch noch einfügen. Den muss ich dann von hier unten nach oben ziehen. Das wäre dann, wo kann man dich beim Skaten sehen. Füge bis zu drei URLs ein. Website URL 1, 2, 3. Der Slider geht wie immer von 5 bis 40. So. Dann haben wir ja noch eine weitere Sektion. Und probieren wir hier mal das Duplizieren-Feature aus. Ja, ich bin mir sicher. Und dann fügen wir das hier unten ein. Das hieß Upload your Skate Live. Und mal schauen, was wir hier für Optionen haben. Bis zu zehn Dateien. Hier sind meine Erweiterungen. Und bei der maximalen Dateigröße ist 16 MB voreingestellt. Das ist übrigens der vom Server erlaubte Maximalwert. Der muss natürlich noch in der Konfigurationsdatei des Servers aktualisiert werden. Wenn ich hier zum Beispiel sage 50 MB, dann wären das hier insgesamt 10 mal 50, also 500 MB im Maximalfall. Das kann ich hier oben ja dann auch noch ergänzen. Maximal 10 Dateien je 50 MB. Fehlt hier oben nur noch deine Skate-Erfahrung in Jahren. Und dann kann ich mal auf Speichern und auf Vorschau klicken. Das wäre es dann mein Formular. Persönliche Infos, Kontaktdaten, die Skate-Erfahrung in Jahren zwischen 5 und 40, Websites, Upload your Skate Live. Und diesen Abschnitt brauchen wir nicht mehr. Kann ich den hier unten rausnehmen. Und dann brauche ich im Prinzip nur noch die Seitenumbrüche einzubauen. Klicke ich einmal drauf. Und dann kann ich das per Drag & Drop nach oben ziehen. Nummer 1 hier unter den persönlichen Infos. Aus irgendeinem Grund kann ich die Seite nicht kopieren. Muss dann also neuen Seitenumbruch hinzufügen. Von unten nach oben ziehen. E-Mail, Telefon. Dann wieder Speichern und Vorschau. Wann bin ich endlich soweit und kann das hier mal ausfüllen? Sascha Ebach, weiter. Er erkennt hier auch das Land, in dem ich mich gerade befinde. Das ist Georgien. Das Land mit dem witzigen Alphabet. Beschwert sich auch, dass ich hier eine Zahl zu viel habe. Wenn ich die rausnehme, dann ist es gültig. Weiter. Erfahrung ist hier. Hier die drei Websites ausgefüllt und dann eine Datei mal hochladen. Erlädt und fertig. Weiter. Und hier ist dann die Vorschau oder Zusammenfassung. Vorschau nicht verfügbar bei einer Bilddatei. Ist eigentlich schade. Aber okay. Hier könnte wenigstens der Name der Datei stehen. Aber ansonsten stimmt alles. Absenden und fertig. Können wir direkt mal hier auf Einträge, Anzeigen klicken. Und in der Tat, hier ist mein Eintrag. Ansehen. Das hat geklappt und hier kann ich dann auch die Datei sehen. Und hier kann ich tatsächlich auch noch die Vorschrittsanzeige konfigurieren. Hier oben im Formulareditor. Das können wir einfach mal ausprobieren. Speichern. Vorschau. Hier erste Seite, zweite Seite und so weiter. Soweit ich mich erinnere, gab es nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten bei den anderen drei Bildern. Noch ein kurzer Einblick in die Einstellungen. Hier habe ich das meistens ausgegraut. Wahrscheinlich wegen der Basic-Lizenz. Aber hier kann ich immerhin auch noch diverse Variablen konfigurieren. Hier ist die Standardbestätigung, die wir gerade eben gesehen haben. Ja und wie vermutet, wenn ich hier auf Conversational Forms klicke, dann kann ich das hier alles erhalten, wenn ich auf Pro Upgrade. Marketing-Automation, immerhin ist hier Constant Contact und Uncanny Automator integriert. Für viele dieser Anbieter muss ich jedoch auf Pro Upgraden. Da bieten die anderen drei Plugins doch auch ein bisschen mehr Auswahl. Auch in der Basic-Version. Und wenn ich etwas verkaufen möchte, dann muss ich ohnehin auf Pro Upgraden. Ne, sogar auf Elite. PayPal geht bei Pro. Square auch. Und Stripe auch. Ansonsten geht die Arbeit mit WP-Forms recht flott. Was einem aber definitiv negativ auffällt, sind die starken Einschränkungen bei der visuellen Gestaltung des Formulars. Vor allem, dass man im Backend nicht sieht, wie es im Frontend aussehen wird. Zum Ersten und zum Zweiten, die Flexibilität lässt doch auch einiges zu wünschen übrig. Alles andere jedoch funktioniert wie erwartet. Die Anzahl der Felder ist aber gerade im Vergleich auch zu Formidable nicht besonders umfangreich. Also hier fehlt zum Beispiel auch noch das Repeater-Feld. Was ich schon cool finde, dass Formidable das hier in der Basic-Version zur Verfügung stellt. Nachdem ich mir alles nochmal angeschaut habe, fällt das Fazit im Prinzip sehr leicht. WP-Forms steht für mich bei diesen vier Formbildern definitiv auf dem letzten Platz. Es hat keine wirklichen Herausstellungsmerkmale, die die anderen drei Formbilder ausstechen. Die Bedienung ist zwar flüssig, aber im Vergleich zu Formidable fehlen ein paar technische Möglichkeiten und die Layout-Fähigkeiten lassen stark zu wünschen übrig. Die Installation bei Ninja Forms war unnötig kompliziert. Zum Beispiel musste man zusätzliche Plugins installieren, nur um die mehrere Seitenfähigkeiten zu bekommen. Ansonsten ist es mit Sicherheit das schnellste Formbilder-Plugin, sticht aber auch nicht durch irgendwelche besonderen Fähigkeiten heraus. Und die Formulare sehen im Backend nicht ganz so gut aus wie bei Gravity oder Formidable. Deswegen steht für mich Ninja Forms auf Platz 3. Nun, Gravity Forms und Formidable, die sind schon recht nah beieinander. Im Backend lässt sich gut erkennen, wie die Formulare dann auf der Seite selbst aussehen werden. Besonders schnell sind beide nicht. Was ich damit meine, nach einem Klick auf ein neues Formularfeld dauert es manchmal 1-2 Sekunden, bis es dann tatsächlich erscheint. Und was die beiden voneinander unterscheidet, sind für mich zwei Punkte. Bei Formidable sieht die Gruppierung der Felder einfach besser aus. Logischer, es sind nicht nur Sektionen, sondern die Feldgruppen sind tatsächlich eingekreist. Hier ist nochmal ein Screenshot von wie das bei Formidable tatsächlich aussieht. Und das hat mir persönlich, und das kann bei dir jetzt auch ein bisschen anders sein, am besten ausgesehen, ich meine ja diese Bereichsfelder hier, die die Gruppen an Feldern zusammenfassen. Und dann, und das finde ich ziemlich cool, in der Basic-Version hast du hier dieses Repeater-Feld. Da kann der Formularausfüllende im Prinzip so viele URLs hinzufügen, wie er möchte oder wie es maximal erlaubt ist. Und deswegen, tada, es ist ein kleiner Vorsprung. Aber es ist ein Vorsprung und deswegen ist Formidable Forms für mich tatsächlich die Nummer 1 und der Gewinner dieses Vergleichs. Basierend auf meinem Test kann ich Formidable Forms vollständig empfehlen. Unten in der Description und im Begleitartikel findest du unseren Partner-Link. Wenn du darüber Formidable Forms erwirbst oder eines der anderen Plug-Ins, dann bekommen wir eine kleine Provision für unsere Arbeit, ohne dass sich für dich am Preis etwas ändert. Vielen Dank für deine Unterstützung. Falls dir dieser Vergleich gut gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über ein Abo und ein Like. So können wir in der Zukunft noch viel mehr solcher Beiträge für dich erstellen. Das war's von mir, Sascha, out.